Einen wundervollen guten Tag und herzlich willkommen zurück zur Mathematik. Heute geht es weiter mit Zahlen. Hätte ich gedacht, dass wir auch mal Zahlen in der Mathematik haben. Für die Menge an Videos ist das schon fast ein bisschen übel. Aber es gibt durchaus auch Zahlen, auch wenn sie nicht mehr ganz so häufig sind. Wir rechnen nämlich meistens in der Praxis mehr mit Variablen. Aber die Variablen stehen ja oftmals für Zahlen. Und auf die wollen wir uns jetzt mal stürzen. Es gibt einige Zahlenmengen, mit denen man normalerweise umgeht. Und dem Kapitel der reellen Zahlen kommen wir natürlich irgendwann anders nochmal zugute. Das heißt, wir fangen heute mal an mit den Definitionen. Also formelle Definitionen von dem, was eigentlich unsere Zahlenmengen sind. Also, wir fangen an mit den natürlichen Zahlen. Das sind die Dinger, die man wahrscheinlich schon irgendwann in der Grundschule mal gelernt hat. Und die man kennt als die einfachste Zahlenmenge. Die natürlichen Zahlen sind formell definiert als dieses wunderschöne N hier. Achtet immer auf den Doppelbalken. Der Doppelbalken gibt euch immer darüber Auskunft, dass das in dem Fall jetzt zum Beispiel die natürlichen Zahlen sind. Also das N steht für natürlich oder natural. Und die sind definiert als 1, 2, 3, 4 und so weiter und so fort. Dieses und so weiter und so fort, ich spoiler hier schon mal, wird euch noch Probleme bereiten. Denn wo höre ich auf? Ich definiere hier eigentlich eine Menge, die kein Ende hat. Und trotzdem, ja, Unendlichkeit ist ein Riesenthema in der Informatik bzw. in der Mathematik. Unendlichkeit ist ganz, ganz schlimm. Deswegen hier einfach mit drei Punkten abgekürzt. Wir definieren uns das als fortlaufende Zahlen und damit können wir dann auch arbeiten. So, das sind also die natürlichen Zahlen. Euch ist vielleicht aufgefallen, dass da was fehlt. Nämlich hier vorne, die Null ist nicht dabei. Und das hat einen Grund, denn manchmal möchte man die Null drin haben, manchmal möchte man sie nicht drin haben. Normalerweise ist in den normalen natürlichen Zahlen, also in dieser N-Definition, keine Null dabei. Wenn ihr eine Null dabei haben wollt, geht das aber auch, das wäre dann N Null. Das sind im Endeffekt die natürlichen Zahlen vereinigt mit Null. Demnach, ihr fangt halt bei Null an zu zählen, dann 1, 2, 3, 4 und so weiter und so fort. Klar. Okay, das sind jetzt unsere natürlichen Zahlen. Das sind die natürlichen Zahlen mit Null, weil man die gelegentlich mal braucht. Dann gibt es aber auch noch die andere Richtung. Wir können ja auch ins Negative gehen. Und das sind ganz einfach die negativen natürlichen Zahlen. Die werden auch manchmal definiert hier einfach der Vollständigkeit enthalten. Nämlich die Minus 1, die Minus 2, Minus 3, Minus 4. Achtet auch hier wieder darauf, Minus 0 ist nicht dabei. Ihr könnt natürlich eine vereinigte Menge aus den negativen natürlichen Zahlen, also Minus N und der Null bilden. Das geht selbstverständlich, aber braucht man selten, deswegen hier eigentlich nicht dabei. So, das sind erstmal die Grundlagenzahlen. Ja, mit denen kann ich jetzt arbeiten. Und das sind auch schon sehr, sehr viele Zahlen, weil wie gesagt, nach oben hin ist da ja eigentlich keine Grenze gesetzt. Jetzt kann ich mir aus meinen natürlichen Zahlen erstmal vereinfachend noch etwas anderes definieren. Was euch übrigens auch Probleme machen könnte, denn ja, das sind die ganzen Zahlen. Speziell bei Beweisen wird das Ganze irgendwann dann unübersichtlich bzw. problematisch mit ganzen Zahlen. Der Grund dafür liegt einfach in der Definition. Wir haben hier die natürlichen Zahlen vereinigt mit der Menge, die die Null enthält. Also die Null im Endeffekt vereinigt mit den negativen natürlichen Zahlen. So, und wo liegt jetzt das Problem? Das ist doch eigentlich total einfach. Also ich meine Minus 1, Minus 2, Minus 3 und so weiter und halt 0, 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter. Ja, aber das Problem ist, wir haben zwei Richtungen, in denen wir in sehr, sehr große Zahlen gehen können. Das heißt, wir können beispielsweise 128.000 Millionen drin haben. Wir können aber auch minus 128.000 Millionen drin haben. Und wir wissen nicht, wo wir aufhören. Und bei Beweisen müsst ihr meistens dann in beide Richtungen gehen. Das heißt, ihr müsst ins Minus sehr, sehr große gehen und ins Plus sehr, sehr große. Und ich wirfe jetzt hier absichtlich nicht mit unendlich um mich, weil, schwieriges Thema. So, dementsprechend, ganze Zahlen sind nochmal einfach ein bisschen mächtiger als die rein natürlichen Zahlen, werden aber direkt aus den natürlichen Zahlen definiert. Wir hätten es auch hier anders hinschreiben können. Wir hätten auch hier eine alternative Schreibweise nehmen können mit Punkt, 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 Minus 4, Minus 3, Minus 2, Minus 1, 0, 1, 2, 3, 4, Punkt, Punkt, Punkt. Das würde auch funktionieren, aber das hier ist die deutlich kompaktere Schreibweise. Ihr könnt das ja einfach mal für euch ausprobieren, ob ihr das irgendwie anders schreiben könnt. Ihr könnt übrigens auch N0 hier oben noch ein bisschen umformulieren. Okay, jetzt kann ich aus den ganzen Zahlen und den natürlichen Zahlen noch eine weitere Menge bauen. Und die sind allein definiert durch eine einzige Operation, nämlich das geteilt durch. Und das sind die rationalen Zahlen, die ihr vielleicht mit dem Buchstaben Q kennengelernt habt. Die rationalen Zahlen definieren sich, und jetzt wird es ein bisschen lustiger, als A geteilt durch B. Und das kann ein beliebiges A sein aus der Menge Z und ein beliebiges B aus der Menge N. Das heißt, dass hier nicht alles drin ist, ja. Ihr könnt ja mal in die Kommentare zum Beispiel schon mal jetzt direkt ein Beispiel schreiben für eine Zahl, die euch einfällt, die nicht in den rationalen Zahlen drin ist. Und genau, das Ding ist jetzt nämlich, wir haben hier erlaubt im Zähler, haben wir eigentlich fast alles, ja. Also alle ganzen Zahlen. Das bedeutet, wir können hier 0 reinschreiben, das wäre dann das hier. Wir können minus 1 reinschreiben, wir können sehr, sehr große negative Zahlen, sehr, sehr große positive Zahlen und eben auch 0 reinschreiben. Das hier ist, das A ist relativ frei wählbar. Das B ist nicht so frei wählbar. Wir können hier zum Beispiel keine negativen Zahlen für B reinschreiben, weil wir sagen hier, B ist Element der natürlichen Zahlen. Das bedeutet, B ist aus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und so weiter und so fort. Also natürliche Zahlen bedeutet, keine negativen Zahlen im Nenner erlaubt und keine Null erlaubt. Logischerweise, weil wenn ich durch Null teile, explodiert das ganze Universum. Das heißt, wir dürfen hier nur begrenzt Zahlen reinschreiben. Und die Mathematiker haben sich irgendwie zum Volkssport gemacht, immer die Sachen zu untersuchen, die man nicht machen darf. Immer quasi Grenzen austesten. Das ist ganz, ganz furchtbar. Das heißt, besonders interessant ist am Ende der Fall, wenn ich durch Null teilen könnte. Oder wenn ich halt in Richtung der Null gehe in meinem, ja, in meinem B. Das heißt, das ist das, was am Ende sehr, sehr interessant ist, auch wenn ich es nicht darf. Aber in die Richtung dazu zu gehen, wie weit kann ich gehen? So, das wird euch noch lange um die Ohren fliegen. Dann haben wir aber noch eine letzte Gruppe an Zahlen. Jetzt löse ich auch die kurze Aufgabe auf, die wir gerade uns schon kurz angeguckt haben, nämlich die reellen Zahlen. Und an der Stelle, ich habe keine Definition der reellen Zahlen für euch heute dabei. Die machen wir separat. Denn reelle Zahlen können sehr, sehr komplex werden. Reelle Zahlen beinhalten nämlich alle Dezimalzahlen. Und jetzt einmal ganz kurz drüber nachgedacht, was bedeutet das für uns? Naja, alle Dezimalzahlen bedeutet alles, was einen Punkt in der Mitte hat. Ich kann ein Halb darstellen als 0,5. Das ist auch in den reellen Zahlen dabei. Ich kann Minus 2 selbstverständlich auch als sogar ganze Zahl darstellen oder sogar als Minus N. Ist aber auch in den reellen Zahlen dabei. Das heißt, die ganzen Zahlen, die rationalen Zahlen, die natürlichen Zahlen, alle drei davon übrigens, sind natürlich in den reellen Zahlen dabei. Das ist gar kein Thema. Aber das Problem sind die Zahlen, die ich nicht durch die anderen, also vor allem nicht durch Q, darstellen kann. Denn es gibt Zahlen, die kann ich nicht durch Q darstellen, die aber in den reellen Zahlen drin sind. Und das wäre zum Beispiel Pi. Ihr wisst vielleicht, dass Pi eine Zahl ist, die unendlich Nachkommastellen hat. Das heißt, ich kann das Ding so lange berechnen, wie ich möchte. Es hört niemals auf. Dementsprechend kann ich das nicht ohne Probleme oder gar nicht eigentlich darstellen als rationale Zahl. Denn ich müsste ja hier für B unendlich große Werte wählen. Ich kann immer sagen, irgendwie 1 durch 10 ist 0,1. 1 durch 100 ist 0,01. Und kann damit sehr, sehr groß werden für meine Bs. Aber, naja, es gibt halt auch einfach Zahlen, die sind unendlich groß. Die haben unendlich Nachkommastellen. Das ist zum Beispiel Pi. Und dementsprechend ist hier eine Definition gar nicht so ohne. Für den Moment nehmen wir jetzt einfach mal nur an, dass wir alle Dezimalzahlen dabei haben. Das heißt, sie dürfen positiv sein, sie dürfen negativ sein, sie dürfen selbstverständlich auch die 0 sein. Dann haben sie einen Punkt, falls sie eben keine ganze Zahl sind. Dann haben sie einen Punkt und danach kann kommen, was möchte. Also, so lang, wie es möchte und so viel, wie es möchte. Und Zahlen völlig frei gewählt. Das heißt, wir können hier 0, 0, 0, 0, 0 haben und dann eine 1 irgendwann. Oder wir können halt wirklich einfach 1, 5 oder sowas da stehen haben. Das geht alles und das macht die reellen Zahlen so krass. Ja, ich weiß, das war jetzt relativ leicht, dieses Video. Aber es ist einfach eine Grundlage für weitere Videos. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass ihr euch diese vier, oder in dem Fall sechs Zahlenmengen, euch gut merken könnt und sie vor allem auch unterscheiden könnt. Das ist Grundlage für alles, was jetzt kommt. Gut, nächstes Mal machen wir weiter. Bis dann. Ciao.